So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Ich habe gerade versucht eigentlich ein Video aufzunehmen als Zuschauerwunsch, nachdem ich alle meine Hunderter gezeigt habe. Und um rauszukriegen, welche Hunderter mir fehlen, habe ich versucht, rauszukriegen, welche Shinies mir noch fehlen. Und das war kompletter Blödsinn. Auch wenn Tobi, der den Vorschlag gemacht hat, mir eine Liste gegeben hat, habe ich gesehen, ich habe Pokémon als Shiny. Die stehen auf der Liste gar nicht drauf. Die Liste ist also unvollständig und nicht korrekt. Das hat mir schon mal einen Herzschlag verpasst. Und dann ist die Liste nicht mal in der Reihenfolge, wo die Sachen im Pokedex abgearbeitet werden, was es ziemlich kompliziert macht und undurchsichtig. Ich habe schon 15 Minuten aufgenommen gehabt und habe es dann einfach abgebrochen und gedacht, das muss ich mir später irgendwann mal antun. Ich möchte noch zwei Videos produzieren fürs Wochenende, wo ich nicht da bin, für Freitag und für Samstag und habe gedacht, machen wir mal was anderes. Viele Leute von euch sammeln ja vielleicht nullprozentige Pokémon und jetzt gibt es dafür eigentlich gar keinen Suchbegriff. Aber wie ich jetzt im Fan-Chat dank euch, weil ohne euch bin ich nichts, im Fan-Chat gesehen habe, gibt es dafür doch einen Suchbegriff, wenn man nämlich hier eingibt Null Angriffswert und Null Verteidigungswert Also, das ist noch komplizierter, geht es gar nicht. Null Angriffs-Wert und Null Verteidigungs-Wert und Null KP. Wenn ihr das eingebt, dann seht ihr eure nullprozentigen Pokémon. Ich bin keiner, der nullprozentige Pokémon gesammelt hat, darauf geachtet hat oder die irgendwie gezielt jetzt gejagt hat oder so. Trotzdem habe ich das auch Spaß mal eingegeben, weil das ein Thema war im Fan-Chat dann und habe gesehen, dass ich momentan 15 nullprozentige Pokémon habe. Das Einzige, was ich damals cool fand, ist, dass ich ein 0% Raupi bekommen habe. Raupi, ja mein Lieblings-Pokémon. Deswegen habe ich das auch auf Level 50 gezogen, obwohl es 0% hat und habe dann den Vergleich zwischen einem nullprozentigen und einem hundertprozentigen Raupi. Das fand ich immer ganz cool. Das ist mein kleiner Nulli. Wenn man den mal bewertet, seht ihr auch, dass der hier 0% hat. So. Ist bei den anderen auch so. Und was jetzt alles da ist, wollen wir ganz kurz mal durchgehen und uns mal anschauen. 0% Raupi ist am Start. Also eins meiner Lieblings-Pokémon. Mein Lieblings-Pokémon. Das habe ich extra als Best Buddy gemacht, auch auf 50 gezogen. Rest ist willkürlich irgendwie da reingeflogen. Wir haben hier einen Pikachu mit diesem SS-Cap, was es in Erfurt gab, bei der Mac. War das, glaube ich, die MacCon in Erfurt damals. Da wurde dieses Pikachu, ist gespawnt, wurde als Shiny eingeführt, gab es auch nur kurze Zeit. Ist, glaube ich, auch eins der selteneren Pikachus in Shiny, weil es gefühlt nur einmal da war und nur eben so kurz. Ich habe das Shiny, aber es geht nicht um Shinies. Es geht um dieses, dass da ein 0%iges dabei ist und deswegen das als 0%iges ist doch bestimmt eine richtig coole Sache. Oder? Hat jemand dieses Pikachu überhaupt bei sich im Beutel? Als Nuller, als Shiny, als sonst was? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann haben wir ein anderes Pikachu und zwar das hier. Ich weiß gerade gar nicht, was das ist. Wird im Oktober Halloween irgendwas mit zu tun gehabt haben. Halloween Festival haben wir auch da mit Kostüm. Dann haben wir hier noch ein anderes mit so einem Okinawa-Hemd. Wir haben ein Shiny Abra. Es ist also sogar ein 0% Shiny dabei. Habe ich vorher auch nicht geguckt. Ich achte da ja nie drauf. Ich wusste nicht, dass man danach suchen kann. Wie gesagt, jetzt haben wir das gesehen. Das ist eigentlich auch ein Highlight. 0%iges Abra einfach. Kleinstein ist hier dabei in der Alola-Version. Dann haben wir hier ein 0%iges Slimer, wo alles runter tropft. Wir haben ein 0% Dratini. Was macht man damit? Eigentlich auch nichts. Verschicken wir. Wir haben ein 0% Corazon. auch eher selten. Wir haben ein 0% Knacklion. Seeday-Pokémon. Wir haben ein 0% Zwirlicht. Wir haben ein 0% Kindwurm. Wir haben ein 0% Ellipseber. Ein 0% Picolendel. Ein 0% Iguana. Und das sind eigentlich alle. Am krassesten hierbei finde ich aber trotzdem immer noch das 0% Shiny Abra. und eben dieses 0% Pikachu plus, wenn ich 3 nennen würde, mein 0% Raupi. Wie viele 0%igen Pokémon habt ihr? Bei mir sind es jetzt 15. Wie viele habt ihr, wenn ihr das eingebt? Ist halt halb scheuer zum Eingeben. 0 Angriffs-Wert und 0 Verteidigungs-Wert und 0 KP. Wie viel zeigt es bei euch an? Und von denen, die es anzeigen, was ist euer Favorit? Bei mir sind es diese 3. Ich kann mich dazwischen nicht entscheiden. Diese 3 finde ich auf jeden Fall gut. Ich habe letztens, als ich aufgeräumt habe, auch gesehen, dass ich ein 0% Krypto ich glaube Tarnel hatte. Ja, ich habe es verschickt. Da habe ich gedacht, ach, dieses eine Ding hin oder her, das ist egal. Ich habe bestimmt sowieso nur dieses Raupi. Also habe ich das dann einfach weggelassen. Ja, ich wusste, was man danach so suchen kann. Vielleicht hätte ich es doch aufgehoben, gerade weil es eben ein 0er Krypto ist, die ja trotzdem seltener sind und auch nur durch Zufall. Und naja, habe ich weggeschickt, habe ich mir ein bisschen verbimmelt. Ist jetzt halt so. Was ich gleichzeitig auch noch jetzt hier machen möchte, ist, ich möchte mal XXS eingeben, denn da zeigt es mir alle kleinen Pokémon an. Also das ist ja diese Größe, man kann ja jetzt neu danach suchen, XXL und XXS auch. Ich habe momentan 4 XXS-Pokémon auf der Hand. Carbador, Lavitar, Actillas und Ursa Luna in Shiny Krypto. Wenn ich hier draufgehe, seht ihr ja auch, dass das halt ziemlich mickrig ist. Im Gegensatz zu einem normalen Carbador hat das eine ganz kleine Größe, hat 0,44 Meter. Wir haben hier ein Lavitar in Shiny, was auch ziemlich mickrig aussieht, 0,3 Meter. Also das ist sogar noch kleiner als das. Wir haben jetzt hier ein Actillas XXS, was trotzdem sehr groß und wuchtig aussieht, aber gegen seine anderen Kollegen halt doch recht klein ist. 0,9 Meter und hier eben dieses Shiny Krypto Ursa Luna, was ein kräftiger Bär ist, aber hier auch mickriger als eben seine Artgenossen. 1,18 Meter. Da sehen wir schon, das ist das kleinste Pokémon, was ich habe. Was mich dann interessiert, wie viele XXS-Pokémon habt ihr gerade auf der Hand und was von diesen ist das kleinste? Das könnt ihr ja hier sehen, das kleinste Pokémon bei mir hat 0,3 Meter. Schreibt mal rein, was euer kleinstes ist und welches Pokémon das ist. Bei mir Shiny Lavitar. Jetzt machen wir das Ganze nochmal, aber mit XXL wenn wir das eingeben und haben hier sechs Pokémon, da taucht schon wieder ein Ursa Luna auf und da sind auch drei Shinies dabei. Gucken jetzt mal hier, wir haben hier ein Slimer, ein Slimer, was recht fett und groß ist, den ganzen Bereich oben einnimmt, 1,47 Meter Größe als Shiny. Wir haben hier ein richtig pfropfiges Evoli, 0,4 ist nicht groß, aber als Evoli ist es groß, ist sogar ein hundertprozentiges sehe ich gerade, ist ja noch besser. Dann haben wir hier diesen Irbis mit 0,7 als Shiny. Wir haben diesen Pumpkin 100% Level 50, 1,68 Meter Größe, richtig groß und fett. Das ist auf jeden Fall sehr cool, dass ich da den großen habe und den auf 50 ziehen konnte und hier nochmal ein Pumpkin als Shiny 1,6 1,5 gut, der ist ein bisschen kleiner, der ist größer, aber sieht trotzdem auch umwerfend aus. Jetzt seht ihr auch mal den Unterschied zwischen dem Ursaluna eben und diesem Ursaluna, wie groß und breit der auf einmal wirkt, dass er sogar oben den Bogen schon überspannt, 3,68 Meter und ist damit also das größte Pokémon Pokémon auf meiner Hand 1,0,0,1,0 also mein größtes XXL Pokémon ist das Ursaluna mit 3,68 Meter auch hier natürlich die Frage wie viele XXL habt ihr ich habe 6 und welches ist euer größtes und wie groß ist es das sind drei coole Sachen die ihr mal reinschreiben könnt erstens wie viele 0% habt ihr welches ist euer Favorit von den Nullern was ihr am seltensten findet zweitens wie viele XXS habt ihr was ist das allerkleinste und was ist es und drittens wie viele XXL habt ihr und welches ist davon das größte und wie groß ist es einfach nur kleines Thema für zwischendurch ich weiß nicht was der hier immer so macht er hat immerzu verliert seinen GPS und springt nach sonst wo und springt wieder zurück und macht irgendwelche Dings und dann wirst du gewann gut das war es von meiner Seite aus wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin peace out vorhaut euer Ramses und ich freue mich auf eure Antworten ciao